Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu diesem kleinen Tutorial zu einer Rettungsrakete. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Nun ja, alle Saturn-5-Raketen und auch vor allem alle Soyuz-Raketen haben so einen Rettungsturm. Die Dragon Kapsel, die hat auch ein Rettungssystem, aber halt kein Rettungsturm, da sind die Düsen direkt an der Kapsel befestigt. So, um diesen Turm zu bauen, brauchen wir erstmal einen Fallschirm, einen Tank, jetzt geht der schon so da dran, also er wird kleiner und jetzt haben wir den ganz klein gemacht, halb so groß. Man kann natürlich auch den etwas größeren Tank nehmen, aber braucht man eigentlich nicht. So, jetzt markieren wir die mal, machen hier eine Kolibri-Düse rein, jetzt nutzen wir einen kleinen Bug aus. Nämlich, wenn die Sachen markiert sind und man sie so ein bisschen bewegt, hängen sie ineinander und jetzt können wir natürlich noch eine Kolibri-Düse hinzufügen, um noch ein bisschen mehr Kraft zu haben. Moment, da, noch ein bisschen bewegen und dann haben wir auch schon unseren kleinen Rettungsturm. So, jetzt noch die Kapsel unten dran und dann können wir das Ganze schon mal testen. Einfach beide Düsen aktivieren und los geht's. Wir entfernen uns ziemlich schnell von der Erde, das ist schneller als meine normalen Raketen. Drehen wir ein bisschen nach links und koppeln das mal bei 20% ab, damit wir den Turm nicht treffen. Wir brauchen den ja jetzt nicht mehr, wir wurden ja schon gerettet. Wenn ihr euch jetzt denkt, es ist trotzdem ziemlich schwach, gucken wir uns das mal an. Ähm, so. Also, es hat Schub pro Gewicht 3,58. Meine normalen Raketen sind so etwa bei 1,2, 1,3. Das ist halt fast das Dreifache. Das heißt, man kann auch sich von sehr starken Raketen wegschießen lassen. Also, jetzt muss ich das hier wieder erstmal wieder aufbauen. So. So. Dann gehen wir mal hier hin, machen mal, weiß nicht, sowas hier. Aber vielleicht noch einen Tank. Also, wir haben etwa einen Schub von 2 jetzt. Dann starten wir mal. Also, wir entfernen uns wieder ziemlich schnell von der Erde. Aktivieren wir mal jetzt das da, das da und ja. Wir entfernen uns ziemlich schnell von der Rakete. Das ist ziemlich nützlich, wenn irgendwas schief läuft, irgendwas nicht so klappt, wie es soll. Dann kann man sich damit vom Rest der Rakete absprengen lassen. Okay, man hat jetzt in SFS 1.5 keinen richtigen Astronauten. Aber um das zu simulieren, kann man das auch gut nutzen. Außerdem sieht's cool aus, wenn man das auf Raketen drauf hat und sich dann davon wegschießen lässt. Leider kann man nicht mehr von diesen Kolibridüsen reinmachen. Wenn man nämlich noch eine reinmacht, dann aktiviert die sich nicht mehr richtig. Also, ich kann es euch mal zeigen. Wenn ich die jetzt einfach so hier reinpacke, dann hält sie erstens nicht. Also, sie hat keinen Punkt, wo sie halten kann. Und selbst wenn wir dafür sorgen, mit dem hier. So, versuche ich mal alles zu markieren. So noch und so. Ich hoffe, ich habe alles, ja. Dann, ja, dann steht da keine Treibstoffquelle. Auch wenn es im Tank drin ist, klappt es nicht. Man kann nur zwei davon haben. Aber das ist auch schon mehr als genug. So Leute, das war's mit dieser recht kurzen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.